Guten Morgen! So, und er ist aufgemischt. Ah, es ist der Morgenstabler. Ja, er geht auf die Strecke. Das ist schon klar. Ja, das ist schon klar. Ja, das ist schon klar. Gut. Also, ich muss mal da mal rein. Eine Batterie. Ja, eine Batterie. Also, es sind zwei. Die hat ja zwei Batterien. Die andere ist wirklich verkauft. Ja, ja. Das ist ein bisschen... Aber ich habe so einen kleinen Schraubendreher drauf. Ist ja zu locker. Also, ich kann es jetzt abziehen. Ja, ja, ja. Na ja. Na ja. Guck mal auf die andere Seite. Bitte. Jetzt bist du fast an der Klappe, aber nicht ganz. Wie ist das mit der Breite? Von den Klappen her weiß. Ähm. Ja. Bist du genau an der Klappe? An der Wand jetzt? Ja. Das etwas ist nichts. Wie ist das? Das auch? Ja. Werden? Ja, Machen. das war whose Fла? Wir hohen jetzt einOW. Einmal. Dann schreibt er. Das ist blöd. Der Tisch ist blöd. Ach, hier schreibt er wieder. Sehr gut. Dann häpst du das noch ab und dann können wir... Was? Ja. Alles klar. Höhenruder vollgezogen? Vollgedrückt. Neutral. Fest. Ne, das ist Querruder. Mach mal Höhenruder. Ja. Krass, krass. Ich bin mal gespannt. Aber ich habe keinen Spiegel hier. Hinter dem Riegel. Ich kann leider nicht sehen, ob ich es da nicht so bin. Ich werde extra nicht schnell fliegen. Maximal 130. Maximal 130. Da ist Feuer. Ja. Feuer. Ja, da ist Feuer. Ah, ein Fall. Eben. Segelflugzeug startbereit. Seil anziehen. Und ganz zart anziehen bis Vollgas. Straff. Fertig. Ja, Hänschen. Ja. Ja, Janssen. Das ist das für die Krass. Ja. Die Krassel ist weggebrbt. Im Perf. Er ist weggebrbt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020